Herzlich Willkommen auf meinem neuen Mario Bartels zuerst mal Willkommen zur dritten Folge The Forest, wir sind im Kampf und ich würde sagen komm mit doch wurscht wie die Farben, komm mit Bro, wurscht ist das nicht weil man zieht sie nämlich schwerer dadurch ja aber ich will nicht sterben du hast mich nur, lass sie einfach weg von denen vielleicht gibt es auch neue Strukturen wer ist der Elch? dass es Elche gibt, ist zwar cool aber nicht, dass es so viele Elche gibt und dass sie so viel Leben haben aber ich konnte den Speer nicht herstellen warum? du hast dir eh angezeigt, was du brauchst dafür ich habe Messer reingemacht und Stock und das hat nicht gereicht da steht was du noch brauchst rechne ich nur ja was brauch ich noch? das steht dort ja aber ich hatte nichts davon was dort stand da kannst du kein Baum hier können wir aber echt gut bauen das ist ja auch unumersichtig ne? das sollte irgendwas sein dort im Navi was heißt? Möglichkeiten wer, warum? das läuft ist Masse da ist wie ein golfe mach aber leider nicht fahren damit leider es wäre lustig also die insel von damals scheinbar doch nicht vielleicht aber eine insel neben dran weil ähnlichkeiten hat es definitiv damit irgendwas ist hier wo bist du ich bin schon weiter gerannt doch mal warten kannst wo ich nur essen unbedingt ich weiß wirst du hoch oder wie eigentlich ja weil dort wahrscheinlich doch nur dieses ding der kommende büttel wollen wir uns selber bekommst holen die was wer kommt so wie die europäische drüber der wurde war es auch schlecht wenn da keine ähnlichkeit mit dem ersten hat Pauli mich hier und hier ist es nicht die erste Welt ist wohl mehr entwickelt hat dass sie einige jahre später wir haben eine Insel erweitert sich wir haben nur ein Teil der Insel gesehen wir haben vielleicht die Hintergrund hinter der Teilen zu so stets oder so ja das kann sein sie haben alle weiterentwickeln und theoretisch kann eine Insel größer werden theoretisch da vorne nach vorne links ist sogar eine Höhle oh die Höhlen würden mich sau interessieren aber jetzt darfst du uns vielleicht erst mal ein bisschen essen und weiter weil ich glaube das bringt uns nicht viel wenn wir da jetzt reingehen ist das ein Radio ja ist es wo wir ziehen Adi Koffer ich habe eine Mutter nach wo sind die bei mir ist eine Mutter nach ich will richtig hier das sehen was ist was das alles freitelt da beim Typen da ich speichere mal ganz kurz Batterien hier gibt es natürlich auch wieder so lass uns vielleicht mal schlafen mal mal machen ich will sagen wie lagmisch ich will sagen was hat es noch haben wir genau mal gleich ja bitte pass mal mal hinter dir direkt unser Lager einschlagen hier und in der nächsten Woche direkt in die Höhle wo soll ich da vorne gehen also unsere Hauptbase haben wir ja eigentlich noch nicht wirklich uns entschieden, oder? wow ich hab mal volles Leben, dass ich das erleben darf wo willst du noch die Base haben? wo willst du noch die Base haben? und zu eure Haupt, oder jetzt einfach nur für die... oder einfach ich jetzt nur... ja jetzt einmal hätte ich mal gesagt so wir könnten theoretisch auch hier bleiben also ich hätte dagegen nicht damit einen Fluss wo zwar ein toter Mensch drin ist aber wir können daraus trinken dann bleib noch ich da ja na gut ich der tote Mensch vielleicht daraus zu trinken dann bleib mal gleich da weil dann bauen wir gleich aber eine Hauptbase wollen wir vielleicht auch nicht machen weil einen toten... weil... aus dem Leichensee immer zu trinken möchte ich ja nicht, ok? ich hab das Radio angemacht mach du bist das noch mehr ja noch gar nicht ich gebe auch an die das aufzunehmen das muss man so gut gehen warum die gestorben sind ich muss sie aber auch im grössericht geben oder nein nicht so wahrscheinlich kann aber ich weiß nicht aber auch fragt mich nicht wie man zu dem Boss kommt oder sonst irgendetwas ich weiß ja nicht so ich hätte mich nicht gerne darüber informiert er schiebt bei der Leiche ja ich wollte gerade schon sagen was macht denn der jetzt da das schiebt bei der Leiche einfach gehen wir mal weiter ich schauk zu das schiebt bei einer Leiche ich glaube ich will das bein von ihm haben ich will das bein von ihm haben nicht weiter ich krieg sein bein aus irgendeinem grund nicht ab das ist so stark gewachsen ich komme zu dir es kann man fast vor als wäre es hier ein alter weg es ist ein ausrufezeichen ich weiß aber nicht warum das will wahrscheinlich mir das soll zu tun haben davon kommen wir doch gerade da hinten oder ja gehen wir mal so ja diesen nicht so gut aber einen typen reingerannt und der hat mir nur schenke ich kippt auch gut warum gut ich bin der freundin alter nun weg gibt man nicht älter sarkasmus die animation wie ehren ist damals war er gar keine animation es ist schon geil der ist ja also bis jetzt gefällt mir ist von aufbau her besser aber die story fand ich bis jetzt na gut die story von dir haben wir eigentlich noch nicht wirklich gesehen ja aber irgendwie gefällt mir das nicht mit den mpc warum weil das einfach so ist der ist da kann es sein dass es da einfach nur da ist damit damit man es einfacher hat bei manche dv ist eins zu stark der typ ist der typ ist am anfang der typ ist ja verletzt der hat irgendeinen hörschaden oder so ich habe auf überspringen ich habe auf überspringen gedrückt denn bald weil sie mir so lang geladen hat ich habe es nicht gesehen wollte ich auch jetzt sagen deswegen hat irgendjemand aus der ohren geblutet das sind dann irgendwas abbekommen ah und deswegen gehen wir in bild deswegen gehen wir immer mit papier oder weh das ist okay okay das ist gut ich schaue mir dann einfach dann anfang wir machen wir machen hey wir natürlich komisch als ob ich dich aus den augen lassen weißt du was dann habe ich ein bisschen zu stark verteilt ich gebe ihm ich gebe ihm doch eine chance was gemein zu ihm aber irgendwie finde ich blöd dass man kein charakter selber designen darf das wär jetzt auch geil gewesen doch schon ja aber man kann nicht jede animation in dem spiel mit animierten dingen machen ich glaube das ist so abnormals schwer da verstehe ich das schon ich meine hogwarts selber steht schon bald und das hat glaube ich 28 es hat auch schon wieder ein unterschied wir wollten ja nicht noch länger auf das game warten und wie man jetzt aussieht ist ja letztendlich relativ oder ich hätte aber irgendwie so eine tropische insel das ist ja tropisch aber ich meine auch dass es palme und so weiter gibt ich hätte eine idee ja da ist eine höhle ich weiß ich sehe die höhle was haltest du davon was sind das lager auf schlagen ja und da kann ich rein gehen äh unter ein paar bedingungen ja ich möchte volles leben haben und ich möchte auch essen haben dann würde ich sagen dass wir dann die tage nochmal aufnehmen ok ok so ich finde es einfach klasse ich bin richtig richtig gehypt ich finde es aber auch cool irgendwie jetzt hat er auch ein bisschen wenigstens ein bisschen System vom auch warum die bauern hier wenn du so einen Unterschupf baust weil es jetzt siehst weil du musst erst das holz und dann geht das steiner zuerst ach so das ist mir noch gar nicht auf naja das ist aber auch cool also heute ich mach mal lager ich mach schon hier ich mach doch was aus also lass uns vielleicht erst schlafen und dann essen ok mach taktisch mehr Sinn so schnach schnell überspringen dafür ist immer definitiv nicht bereit du hast könnte sein äh ein toter kopf weil er schüttelt so schnell gibt er eigentlich auch Knochen wie beim ersten Teil weiß ich nicht wieso kann ich mein Fleisch da nicht drauf legen möchtest nein ist alles gegessen äh du musst du musst eh du musst eh durchhalten ne dann kommst du so eine Venue dafür ah das ist ja anders da gemacht aber ich bin noch besser finde ich so so es gibt vieles wo besser gemacht worden ist aber dennoch finde ich den ersten einfach knüller ich finde auch wieder der Bein ich finde auch wieder der Bein ist finde ich auch richtig cool und trinke auch was aus dem Bach einmal ey ich hab fast kein Leben aber ich hab Medizin ja ja oh und ich hab fast keinen Hunger also können wir reingehen also fast keinen Hunger aufgefüllt oh dann füsten Kopf und es geht der ist zu alt der ist zu alt das ist nicht gut nicht ich hab super klebeband äh es ist meistens unten Ja, ich hab's. Ich tu mir nämlich grad einen Speer machen. Okay, mach's. Ich mach mal gerade Pfeiler oder so. Zeitbombe, okay. Ja, so volle Leben hab ich. Wo kann ich dringend nicht? Geh mal den Schuss entlang. Es gibt ja... Wir haben eben... Seilrutschenseile. Würde ein Seilrutschen mit's auch geben. Hey, wo hast du getrunken? Aus'm Bach. Aber da kann ich irgendwie nicht draufs trinken. Doch, komm her. Hier. Nein, nicht, komm. Stell dich da, wo ich bin, hierher. Ja. Brauchst du hinzu... Da Regen sieht man nicht geil aus, aber... Hey, Mami. Wie mir wird das nicht angezeigt, ob eh... vielleicht, weil ich den Speer in der Hand hab? Wann sein, weiß ich nicht, also... Ja, das lag am Speer. Mit Speer kannst du nicht trinken. Ach, Nihi. Ach, Nihi. Ganz ehrlich. Ich denk jetzt... Ich esse jetzt nicht in einen Riegel. Energy-Riegel. Ich würde sagen, wir gehen und langsam reingehen. Ich glaube, wir kriegen Waldbesuch. Ja, ich hab zwar... Ich glaub, mein Hunger wird rein, aber... Lass es einfach rein. Rein da! Die erste Höhle, ja! Wie fühlst du da raus? Äh, haben wir nen Feuerzeug oder irgend? Wer nen Feuerte, komm mal. Haben sie mal. Oh! Mit was für ne Taste? F? L? Das ist was. Ähm... Weißt du, was geil ist? Man kann das Licht ein... Ach so! Es ist so ein Elektrofeuerzeug und gar kein Feuerwerkzeug, ähm... Ding. Wie hast du das denn ein... Kostnummern? L. Es ist diesmal ein Elektrofeuerzeug und kein Feuer. Da mach ich was. Ähm... Es ist gar keine normale Höhle, sondern gleich sowas? Wenn wir jetzt schon mal im End sind, würde ich lachen. Glaube ich aber irgendwie hoffentlich... Glaube ich aber hoffentlich auch nicht. Na gut, dann wüssten wir schon mal, wo das ist. Nein! Nein! Komm mal! Was ist? Das ist ein 3D-Drucker. Das ist geil. Ach so! Hier kann man sich Pfeile drücken. Ist noch Pfeiler? Da sollten wir vielleicht doch hier die Base aufschlagen. Da in der Nähe, ja. Da hast du keinen Schlafsack. So rein. Auch wenn ich zwar nicht aus der Leiche trinken will, aber... Du meinst, es ist ja gar nicht mehr dort, ne? Weil wir können uns hier von der Höhle eine Base anrichten. Theoretisch können wir uns auch hier einen Base anrichten. In der Höhle. Glaube ich. Schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Schau mal! Weißt du was für ein krasser Zufall es ist? Oaaaaah, ich glaube ich doch! Ich laufe jetzt grad schon weiter! ist das wenn wir jetzt bei der endpost auch so rauskommen ist ja lustig ist persönlich gespürt das steht wo man es ist denn diesmal vermisste person keine von also machte das buch das ist das ending das ist das ending wir brauchen die karte das immer beim end wir wissen jetzt schon wo das end ist das ist super ist das gut oder schlecht dass wir das schon immer sind wir haben jetzt schon vorteile die wir wahrscheinlich nicht haben mit der maske und alles wort leider wenn man vor uns sind ich möchte mal ganz was das bei den druck das ist so geil ich freue mich muss doch noch was reinlegen ich habe da was reingelegt ich dachte dass wir hautfensten aber es ist tatsächlich aus dem 3d wieso funktionieren eigentlich noch das internet trinkflasche trinkflasche wäre vielleicht so praktisch ja ja aber ich will nicht alles drucken jetzt langweilig so warum das wird blöd wir haben die hier so stehen auf einmal hinter uns hören macht die tüto das wäre richtig belastend ja aber überhaupt nicht auffällig eigentlich weil das die halle ist ja nicht wie die aussieht mehr ja 6 da mehr maria ja ich hab doch nur kurz mit einem teil ja überhaupt nicht auffällig ich glaube dass sie noch nicht und du kommst mit doch ich will drucken nicht drucken langweilig weil es alles drückt du hast jetzt die flasche und ich darf sie nicht haben oder wir teilen uns die ich habe nicht um die Flasche noch gehen, wenn du nicht wüsst. Aber wir trocken uns am und zu, machst du was einverstanden? Ist okay. Brauchen wir gleich in die nächste Höhle in deiner Folge, oder wie? Ja. Hier, warte mal bestellen. Eigentlich kann es ja nicht geben. Null. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich habe gesehen, man kann auf die Seiten wechseln, deswegen. Ich gehe aber schon finden. Die Trinkforschung kann ich nicht geben. Ich hoffe, ich habe mir wurscht. Gehst du für die nächste? Lass uns vielleicht erst mal speichern. Probierne Idee. Ja, dann lass uns noch eine Folge aufnehmen. Und damit will ich sagen, das war es mit der dritten Folge der Forrest 2. Und wir sagen, die nächste gibt es wieder bei Flammy. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.